Fiat Match Runde 5 Zwei lustige Spieler auf jeden Fall am Start hier Sie wissen auch schon was die Gegner hier weit spielen Ich geh first Good luck Möge der Bessere gewinnen Wunderbarren 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 Stryker Wunderbarren So, und ihr Target Rocket. Target Rocket. Set one? Ja. Dann das. Target here, stand by main. Na klar. Ja. Äh, sure. NCP? Ja. Take target. Sure. Hier ist wirklich Second, also mit Regeki und Cosmic. Dann darf ich nicht mehr auf Space responden, ne? Zeig ab. Zeig ab. Zeig ab. Echt? Ähm... Rape? Special summonen. Battleface? Battleface sagst du? Also 1. Ähm... Schöp. Jetzt? 1.500. Grundeffekt. 4.500. Ja. 1.500. Ja. Not breach. Ja, okay. Äh, rest? Also. Cruise room? Target rate? Rate. Das ist aber nicht so gut. Nicht so gut. Find ich auch okay. Na, du hast ja noch Rose, ne? Das ist ja auch okay. Ja, Main's Book for Sparity. Entschuldigung. Für? 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 7 8 7 9 9 10 11 12 12 13 14 14 7 7 7 7 7 7 8 7 8 9 7 7 2 3 2 4 5 6 6 7 Karten für mich zerstört hast, dass der sich spechert hat. Proto-Effekt, weil er gespechert wurde, tagelt sich selber. Irgendwas für ein Dark-Dragon. Ja. So wenige Dark-Dragons in diesem Name, was könnte man sich da wohl essen? Zauberei, oder? Hast du noch was im Frühdorf? Oh ne, dann schluss ich noch was. Magna-Fix? Da hab ich ja meinen Alp. Fix im Add-Nand-Effekt? Ja, dann greif ich noch irgendwelche Suchen. Ja, aber wir haben noch einen Press. Oder wie viele? Siebenhundert. Oder acht? Siebenhundert. Sind's, äh, wir haben schon zwei Minuten. Ja, siebenhundert. Meinst du? Gut verpackt. Entschuldigung. Entschuldigung. Du hast recht. Entschuldigung. 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 Ach stimmt, du darfst doch nur wiedergeben. Entschuldigung. Ja, das ist recht. Äh, das sieht alles so schön aus. Entschuldigung. 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 Was macht der? Der kann in deiner Runde bouncen, non-targeting, und wenn da Astribut angeboten wurde, darf ich mir einen Drachen aus dem Tech-Spechern machen. Mome Summon, Effekt zum Spechern aus dem Tech. Sehloser. Auch ein Nische-Situation. Sehloser. Möge was hier. Sehloser. Sehloser. Das ist richtig. Das freu ich. Special Colour. So, da geht er um das Deck rein. Effekt zum Endefeld? Ja. Dann hätte ich gerne mal den Throne. Okay. Gut. 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 Das überhaupt was hat Pornotrons könntest du heute haben, ne? Der Ray. Der Ray. Faced on Ray. Okay. Artifacts. Engage. Oder Lingage. Das Becher? Dasbefakt. Der Ray. Derれch. Der Drachen kann man nicht becken. Kann man schon. Kann man machen, exakt. Geht auf die Tür? Ja. Geht es nicht. Okay, fang an. Ja, danke. Dann nochmal. Stand by me. Norm ist er da. Fick. Ja. Noch zu Absaltoffekt. Add a Ruckert. Nichts on the rest? Kein Troll. Finde ich sympathisch. Vodophorns getrollt und danach nochmal hinterher gefischt. Fand ich halt. Trackerfekt von Chainlink 2. Noctur. Ja. Krass werde ich auf dem Schiff. Ja. Ja. Chainlink. Eins zum Ziehen, zwei zum Suchen. Beides fein. Ich würde mal drei verhandeln, bitte. Levy. Levy-Effekt zum Handkampf wegmischen. Sechs nochmal. Ja, eins hier. Wegmischen. Wegmischen, genau. Das musst du mir nicht zeigen. Sofern Sumo. Reveen? Ja. Reveen-Effekt. Diskrativen. Zum Zenden. Seidn wir Saran hier? Saran die Effekt. Ja. Reveal. Reveal. Er wird den Effekt, auf die Anneben von Lubey. Lubey-Effekt. Wagner. So. 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 Perfekt. So. 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 Jetzt mal wenn Light Dark gebanished wird, vor ins Return kann ich das wieder ins Deck legen, also unter's Deck legen oder Karte ziehen und wenn du Monster norm bist oder Also, das Fächtnis, da wem gehst du dann wieder kurz. Okay, cool. Fächtst du es? Ja. Gut? Ja. Fächtst du es? Ja. Fächtst du es? Ja. Fächtst du es? Ja. Fächtst du? Sinqlops. Savage. Savage React. Magnamood. Target... So, Chainlink 1 zu adden in der Endfest, Chainlink 2 zu müssen das Deck-Link mit Karte ziehen. Dann gehen wir auf das Deck, mit Karte ziehen. Chainfest mag der Mutzhörsch. Nehmen wir den Klebe rein. Du darfst. Du suchst den Drachen-Monstern, ne? Ja, von Deck oder Friedhoff, Crazy. Oder? Wartentüren? Balanced. Der Bounce, ne? Ja. No talking. Der Bounce, ne? Targaryen Savage. Jep. So schnell! Ohne Sammeln. Nettetle! Nettetle. Perfekt zum Bouncen. Schnell! Und die Bouncen. Und die sind wer im Sprechern raus? Ja. Ja, du kostest das. Und die Spanke hat sich gedacht. Aber die kann sich jetzt nicht noch mal aushängen. Nein. Spanke Brotor, Brotor-Effekt. Toget sich selber. Ja. Ich bin dran. Ja. Nein. Jane zum Summern von Frito. Weil du Monsters kürzelt hast. Nichts deswegen. Ja. Zum Verbande. Ich bin durch. Ja. Ich bin durch. Hit response. Mangamutangre und Und... Truthworm... Target meinen Savage. Sammeln. Du darfst suchen. Und dann in der neuen Kette würde ich Regain machen, den Savage wieder zurückzulegen. Weil er dann keinen Effekt mehr hat. Ähm... Handigate. Ne, der geht wieder ins Extra der Action. Achso, wenn sie das... Genau. Und dann noch Chaining 2 Marken. Äh, 2 Marken. 2 Marken. 2 Marken. 2 Marken. 3 Marken. Ich darf ziehen. Und dann haben wir suchen. Und dann suchen. Spaghetti. Jo. Ich darf. Das Marken. Dann wird schon. Jo. Das ist verhindert. Ja. Kannst du den Brotor liegen lassen? Ja, ja, mach ich auch. Echt? Ja, geil. Äh... Es tut mir echt leid, Mann. Painface? Äh... Ich glaub, man hat das da. Es tut mir leid, Mann. Toppel TZ-Bus. Oh ja. Äh, falls es dich besser... Hast du eine Ramp-Führung? Ne, ja, falls es dich besser fühlen lässt. Ich würd sowieso... Levy rufen. Äh... Wenn ich jetzt wähle... Und dann Chaining 1 zu zerstören. Chaining 2, um den Marken noch zurückzulegen. Ne, ich hätte den Brotor behalten, um reinzucraschen und damit Levy die TZ-Bus zu zerstören. Guckst du? Ja, das zerstört ich. Ne, dann trakt es doch. Wünscht. Ich dachte, du hast dich schon so weggelegt, aber du warst schon bereit. Äh... Es geht aber gerne an. Ganz klein. 2. 1. Ja. Der darf ich anzunehmen. Das Gäme, oder? Äh... Der darf ich nicht angreifen, aber ja, es wird in Richtung Gäme. Ich würd mit Magnamut gerne die Rockets in Kratford. Hm... Ich würd mit Saron hier gerne den Trues beim Verband. Ja. Ja. Ich spreche noch... Die Darkmonster sind nicht im Friedhof. Nein. 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 Die Darkmonster sind nicht im Friedhof. Ja. Die Darkmonster sind nicht im Friedhof. Ja, da verband ich noch Light. Die Darkmonster sind nicht im Friedhof. Und... Die Darkmonster sind nicht im Friedhof. Und... Ich spreche ihn. Irgendwas End of May. Ja. Okay, gehen die Blumen. Werte fest. 1850. Ist das reicht? Ja. Gehen die Blumen. Ja. Gehen die Blumen. Ja. Ja. Da. 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 Ja. Ja.